Herzlich Willkommen zu einem neuen Video am Donnerstag. Heute mit Broker Race Option, 60 Sekunden Handel, Startrate 200 Euro. Als erstes schaue ich mir den Wirtschaftskalender an und es gibt einige wichtige News im britischen Pfund, Euro, US-Dollar und im kanadischen Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Einstieg im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien und der Berücksichtigung der Tagesnews und meiner sieben Indikatoren. Ich hoffe, dass ich schnell einen Finder. Müsste noch ein bisschen fallen. Jetzt steige ich ein. Sechs Mal bin ich jetzt eingestiegen. Aktuell ist er schön im Gewinn. Alle Trades im Gewinn bis jetzt. Und der steigt noch weiter. Sieht sehr gut aus. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann mir eine Nachricht schicken, per E-Mail oder im Kontaktformular meiner Webseite eintragen. Mein Coaching ist in Deutsch, Englisch und Spanisch möglich. Ich habe viele internationale Kunden. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.